Heute möchte ich mit etwas ganz Besonderem starten und zwar werde ich dir einen kompletten Videokurs schenken. Nicht komplett heute, er wird nach und nach kapitelweise veröffentlicht und zwar geht es um Fotografieren für Anfänger. Das heißt, wenn du fotografieren lernen möchtest oder vielleicht auch das eine oder andere noch nicht so ganz verstanden hast, dann wird hier insgesamt über 25 Kapitel das Ganze jetzt in Zukunft hier auf dem Kanal veröffentlicht. Wir starten heute mit dem ersten Kapitel und da geht es darum, die Kamera richtig kennenzulernen. Was machen die einzelnen Knöpfe und so weiter. Und natürlich kannst du diesen ganzen Kurs auch nach wie vor komplett erwerben auf meinem Online-Store. Dort gibt es auch zusätzlich noch PDF-Dateien, wo man nochmal nachgucken kann, die man sich ausdrucken kann und in die Fototasche packen kann. Also da gibt es noch so ein paar Bonus-Sachen obendrauf, aber natürlich hier heute jetzt auch kostenlos das erste Kapitel. Ich freue mich und ich hoffe natürlich, dass du dich genauso freust und ich möchte auch nochmal ganz kurz an dieser Stelle erwähnen, wir haben nach wie vor den Adventskalender. Jeden Tag gibt es eine Verlosung, jeden Tag bringen hier Firmen ein paar Produkte mit rein, die wir verlosen können. Du kannst ganz einfach kostenlos mitmachen, einfach den ersten Link in der Videobeschreibung vorhin einmal mit der E-Mail-Adresse anmelden und dann bist du für alle Verlosungen, die auch jetzt in der nächsten Zeit jeden Tag kommen, bis Weihnachten automatisch mit dabei. Heute gibt es Lumina Neo in der Verlosung und zwar zweimal, das heißt zwei Leute können das Ganze gewinnen und zwar nicht in der Abo-Version, sondern in der Lifetime-Version. Das heißt, du kriegst es einmal und kannst es auch für immer behalten. Wenn du da Bock drauf hast, dann wie gesagt einfach einmal unten dem Link folgen. Und jetzt viel Spaß mit dem ersten Kapitel von Fotografieren lernen für Anfänger. Ich möchte dir heute mal die Kamera etwas näher vorstellen und genauer gesagt möchte ich auf die Knöpfe der Kamera mal eingehen. Denn vielleicht hast du deine Kamera noch gar nicht so oft in der Hand gehabt und fragst dich, wofür diese ganzen Knöpfe überhaupt da sind. Und deswegen dachte ich mir, machen wir einfach mal ein Video dazu und lernen wir einfach mal unsere Kamera ein bisschen besser kennen. Mir ist bewusst, dass jede Kamera natürlich ein bisschen anders aussieht und nicht jede Kamera genau die gleichen Knöpfe hat. Aber so die meisten Knöpfe ähneln sich dann doch schon relativ und man kann zumindest für jede Kamera so diese Basic-Knöpfe mal genauer besprechen. Vielleicht hat deine Kamera ein paar mehr Knöpfe, vielleicht hat sie auch ein paar weniger Knöpfe. Und alle Knöpfe, die du jetzt nicht direkt selber an deiner Kamera hast, schau da einfach nochmal in deiner Bedienungsanleitung nach, wofür die dann genau da sind. Das Schöne ist aber auch, dass jeder Knopf irgendwo so eine kleine Bezeichnung mit dran hat und von daher kann man sich auch relativ gut ableiten, wofür diese Knöpfe da sind. Vielleicht heißen sie nicht genau gleich, aber vielleicht haben sie dieselbe Funktion. Und das kannst du dir dann alles ganz genau mal an deiner Kamera anschauen. Fangen wir doch einfach mal mit dem wichtigsten Knopf an und das ist dieser Knopf hier oben. Denn mit diesem Knopf kannst du deine Kamera auslösen. Das bedeutet, du kannst eine Belichtung starten, du machst also ein Foto. Wenn ich den zur Hälfte durchdrücke, dann fokussiert meine Kamera einmal, das heißt die Kamera stellt es scharf. Und wenn ich voll durchdrücke, dann mache ich ein Foto, das heißt ich belichte. Das ist dieser Knopf hier oben und der ist auch bei jeder Kamera da, ohne dem funktioniert es halt gar nicht. Ich kann hier gleichzeitig noch mit diesem Ring drumherum einmal meine Kamera an und ausstellen. Da steht also Off und On. Ja, Off, ausgeschaltet, On, da stellt man die Kamera einmal ein und dann kann ich die Kamera überhaupt erst bedienen. Dann habe ich hier oben noch einen sogenannten ISO-Knopf. Wenn ich diesen ISO-Knopf drücke, dann kann ich mit einem Einstellrad hier hinten einmal den ISO-Wert verstellen. Manche Kameras haben diesen ISO-Knopf auch hier links von dem Display. Das ist also ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie die Anordnung da ist. Aber in diesem ISO-Knopf kannst du wie gesagt dann in Verbindung mit dem Einstellrad einstellen, wie der ISO-Wert in deiner Kamera ist. Dann habe ich hier links daneben noch einen Knopf mit einem roten Kreis drauf, also einen Rekord-Knopf. Wenn ich also im Video-Modus meiner Kamera drin bin, dann kann ich damit das Video starten und genauso gut kann ich das Video damit auch wieder beenden. Dann habe ich auf der rechten Seite hier noch einen Knopf. Da ist so ein Plus und ein Minus drauf und mit diesem Knopf kann ich die Belichtungskorrektur einstellen. Wenn ich jetzt also in einer Halbautomatik der Kamera drin bin, kann ich der Kamera sagen, möchte ich das Bild eher noch ein bisschen dunkler oder eher ein bisschen heller haben. Die Kamera in der Halbautomatik stellt ja immer so ein paar Variablen selber ein. Ein paar Variablen kannst du für dich auch bestimmen. Dazu kommen wir noch in späteren Kapiteln. Und da gibt es dann eine sogenannte Belichtungsmessung noch mit dazu. Und die Kamera möchte ja immer so optimal wie möglich belichten. Und mit dieser Belichtungskorrektur kann ich jetzt quasi noch einstellen, soll das Ganze ein bisschen dunkler eingestellt werden. Also soll die Kamera eher ein bisschen zu dunkel belichten, soll sie eher ein bisschen heller belichten. All das werden wir auch noch in späteren Kapiteln genauer behandeln. Aber mit dieser Taste hier kann ich das Ganze einstellen. Und wenn ich diese Taste gerückt halte und dann hier an meinem Einstellrad drehe, kann ich das Ganze dunkler oder heller machen. Was auch jede Kamera hat, ist eigentlich hier einmal die Taste, diese Play-Taste. Damit kann ich nämlich meine Bilder begutachten. Wenn ich Bilder gemacht habe, kann ich danach dann reingehen in das Menü und kann diese Bilder dann nochmal auf dem Display mir anzeigen lassen. Und kann dann da auch entsprechend durchscrollen. Was auch jede Kamera eigentlich hat, ist der Mülleimer. Damit kann ich nämlich meine Bilder dann entsprechend löschen. Wenn ich mir die anzeigen lasse, kann ich danach dann sagen, ich möchte die löschen. Und dann kann ich das auch einmal bestätigen. Was ich dann hier noch habe, ist einmal die Funktion zwischen Foto und Video. Da kann ich hin und her schalten. Einmal mit diesem Einstellrad hier. Und dann habe ich hier noch einmal ein Display-Button, wo ich quasi dann auch nochmal einstellen kann, soll das Display hier aktiviert sein oder nicht. Was auch jede Kamera eigentlich noch mit dabei hat, sind diese beiden Tasten hier unten. Und zwar einmal das Lupensymbol Plus und das Lupensymbol Minus. Und damit kann ich, wenn ich zum Beispiel hier gerade mein Live-View auf dem Bildschirm habe, damit kann ich dann zum Beispiel näher heranzoomen oder weiter rauszoomen. Oder auch wenn ich mir ein Bild anschaue, wenn ich einmal auf diesen Play-Button hier drücke, dann kann ich auch da reinzoomen oder rauszoomen. Dann habe ich hier noch eine Menü-Taste. Damit kann ich in das sogenannte Kameramenü reingehen. Das hat eigentlich auch jede Kamera mit dabei. Und hier oben drüber habe ich so eine Art Joystick. Also ich habe einmal einen Button nach oben, nach unten, nach rechts und nach links. Damit kann ich so ein bisschen in der Menüführung navigieren zum einen. Ich kann aber auch, wenn ich weiter reingezoomt habe, kann ich dann noch in dem Bild hin- und herscrollen. Und ich habe in der Mitte einmal eine OK-Taste. Damit kann ich dann auch im Menü zum Beispiel sagen, ich möchte auf diesen einen Menüpunkt draufgehen, bestätige das Ganze einmal und so weiter und so fort. Dann habe ich hier noch eine Info-Taste. Wenn ich zum Beispiel im Live-View drin bin, dann kann ich mit dieser Info-Taste auch einmal mir so ein Kurzmenü aufrufen. Oder aber auch, wenn ich mir Bilder anschaue, kann ich mir damit bestimmte Informationen nochmal heraussuchen. Und ich habe hier unten einmal einen Knopf. Den hat jetzt nicht jede Kamera. Da kann ich mir einmal die Serienbildfunktion aufrufen. Das heißt, möchte ich mehrere Bilder hintereinander machen, möchte ich nur ein einzelnes Bild machen, möchte ich den Timer einstellen. Das bedeutet, ich kann hier auch nochmal einen Selbstauslöser einstellen. All das geht über diesen Knopf. Aber den hat nicht jede Kamera. Da muss man vielleicht auch einfach über das Kameramenü mal gehen und kann das auch entsprechend dann einstellen. Hier oben habe ich jetzt noch zwei Einstellräder. Einmal hier hinten eins und einmal hier vorne eins. Das ist auch von Kamera zu Kamera ein bisschen unterschiedlich. Canon zum Beispiel hat dieses Einstellrad hier oben. Und da ist die Anordnung einfach ein bisschen verschieden. Aber jede Kamera hat eigentlich mindestens ein so ein Einstellrad. Und damit kann ich dann auch nochmal zum Beispiel die Verschlusszeit einstellen. Oder in dem Fall, wenn ich jetzt die ISO-Taste hier drücke, dann kann ich die ISO-Zahl damit einstellen. Und mit dem hier vorne kann ich die Blende einstellen. Aber wie gesagt, da hat jede Kamera für sich ein oder zwei Einstellräder. Musst du dann einfach entsprechend mal gucken. Was ich jetzt auf der linken Seite hier noch habe, ist einmal dieses Einstellrad. Und hier kann ich noch einstellen, in welchem Modus ich fotografiere. Aktuell bin ich im M-Modus zum Beispiel drin. Das heißt manueller Modus. Ich kann aber auch hier in den A-Modus, in den S-Modus oder in den P-Modus noch reingehen. Das sind alles noch Funktionen, die ich dir in den folgenden Kapiteln natürlich noch genauer beschreiben werde. Ich bin jetzt aktuell in dem manuellen Modus drin. Das bedeutet, ich kann alles komplett selber einstellen. Ich habe jetzt hier in meiner Kamera zum Beispiel noch U3, U2 und U1. Das heißt, da kann ich mir auch selber nochmal Programme drauflegen, die ich mir selber programmieren kann. Und ich habe einen sogenannten Auto-Modus. Also wo die Kamera wirklich alles komplett selber einstellt. Dann habe ich hier hinten natürlich noch groß mein Display. Ich kann mir über das Display alles anzeigen lassen. Ich kann aber auch durch den Sucher gucken. Das kann ich mir dann so ein bisschen aussuchen, was ich hier machen möchte. Möchte ich mehr über das Display gucken oder möchte ich eher über den digitalen Sucher gucken. Hier oben drauf habe ich noch einen sogenannten Blitzschuh. Da kann ich zum Beispiel einen externen Blitz noch reinschieben. Ich kann aber auch andere Sachen damit befestigen. Also mit diesem Blitzschuh, da gibt es dann auch Adapter. Da könnte ich zum Beispiel, wenn ich filme, noch ein Mikrofon, eine Funkstrecke draufstellen. Also dieser Blitzschuh ist nicht nur für Blitze da, sondern da kann ich dann auch andere Sachen noch mit befestigen an der Kamera. Auf der Seite hier habe ich mein Speicherkartenfach. Da kann ich also meine Speicherkarten rein und raus packen. Unten drunter, da kann ich einmal mein Akkufach auf und zu machen. Da kann ich also meinen Akku wechseln, wenn der einmal leer ist. Ich habe hier oben auch nochmal ein kleines Display. Wenn ich jetzt die Kamera anmache, kann ich mir hier auch nochmal anzeigen lassen, welche Blende ich gerade eingestellt habe, welche Verschlusszeit ich habe, welchen ISO-Wert ich habe, wie viel Speicherplatz noch auf meiner Speicherkarte ist und auch die Akkuanzeige wird hier nochmal dargestellt. All das sehe ich aber theoretisch auch hier hinten in dem Display nochmal, wenn er an ist. Und hier auf der Seite, auf der linken Seite der Kamera, habe ich dann noch verschiedene Eingänge, zum Beispiel einen Kopfhörereingang, einen Mikrofoneingang, aber auch so Schnittstellen wie USB oder einen HDMI-Anschluss. Da kann ich dann also auch meine Kamera entsprechend noch anschließen oder ich kann zusätzliches Material nochmal anschließen und damit meine Kamera dann noch ein bisschen erweitern. Wenn jetzt deine Kamera nicht genauso aussieht oder genauso eine Aufteilung hat, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, viele Knöpfe sind relativ ähnlich von der Funktion. Die sehen vielleicht ein bisschen anders aus, aber von der Funktion sind sie eigentlich immer relativ ähnlich. Manche Kameras haben ein paar mehr Knöpfe dran, manche Kameras ein paar weniger Knöpfe. Und wenn deine Kamera ein paar weniger Knöpfe hat, dann kann man diese Funktion dann über das Menü, über das Kameramenü dann entsprechend nochmal einstellen. Also da musst du dann einfach mal so ein bisschen gucken, welche Funktionen wie erreichbar sind in deiner Kamera, aber grundsätzlich sind die von Hersteller zu Hersteller eigentlich relativ ähnlich, nur dass man sie manchmal vielleicht ein bisschen anders erreicht. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass du, bevor du dir eine Kamera kaufst, guckst, wie gefällt dir die Kamera, wie liegt sie dir in der Hand und kann ich alle Knöpfe gut erreichen, beziehungsweise sind die Knöpfe, die da sind, auch für dich sinnvoll, sind die sinnvoll angereiht und kann ich damit also die Kamera schnell und gut bedienen. Soviel also erstmal dazu. Ich weiß, dass das vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend ist, aber je mehr du dich mit deiner Kamera beschäftigst, umso eher lernst du auch, wo deine Knöpfe angeordnet sind und kannst sie dann auch schnell und einfach entsprechend bedienen. Das kommt dann irgendwann einfach so, weil du es halt auswendig weißt. Das war's mit dem ersten Kapitel aus Fotografieren lernen für Anfänger. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Wie gesagt, insgesamt haben wir 25 Kapitel, die jetzt nach und nach veröffentlicht werden, wenn du da Bock drauf hast. Und wie gesagt, wahrscheinlich die meisten von euch können ja schon ziemlich gut fotografieren sogar, aber vielleicht ist das ein oder andere Kapitel mit dabei, wo du dann doch nochmal reinguckst und sagst, hm, da ist dann doch nochmal was Neues für mich. Aber kannst du dir selber überlegen. Ich würde mich freuen, wenn du weiterhin mit am Start bist, dem Video einen Daumen nach oben gibst und natürlich auch morgen wieder vorbeischaust, weil es gibt bis Weihnachten jeden Tag hier ein Video. Und wie gesagt, auch der Adventskalender Lumina Neo, heute in der Verlosung, sei mit dabei. Erster Link in der Videobeschreibung. Bis morgen.